Die Unheimlichen Wesen Die Unheimlichen Wesen Eine Hörspielserie von Victor Fantast Nach Motiven des Kinderrollenspiels Monsterjagd von Patricia de Blas und Alvaro Corsin Aus dem Spanischen übertragen von Claudia Heinzelmann Musik Geoff Harvey Textbuch, Ton und Dialog Regie Victor Fantast Demnächst auf diesem Kanal Das stimmt jetzt ziemlich gut, wir erleben. Das stimmt nicht. Bis zum nächsten Mal.